hallo und herzlich willkommen im welchen so letzte folge wenn ihr es verpasst habt da haben wir so einen mutanten umgelatzt mit der flare gun also ja er liegt doch nicht mehr hier schade naja egal sollen sie nicht weiter stören was ich in der letzten folge auch gemacht habe ist hier diesen wall gebaut damit die hier ständig ins wasser rein laufen das bauen wir jetzt noch fertig und dann eventuell noch versuchen mein gartenzahn fertig zu bauen dann müssen wir mal irgendwie genau die große achse gerne mal finden ich weiß überhaupt nicht wo das liegt ich habe schon 100.000 folgen voraus geguckt oh da hinten liegt auch noch ein baumstamm nice schnappe ich mir gleich mal zack da liegt auch noch einer krass überall mehr zeug liegen naja egal so hätten wir den auch fertig geil so dann kommen dann klatschen noch in unser haus rein da haben wir da wenigstens schon mal angefangen wo ist denn hier da das wollte ich auch sammeln da ist auch noch einer das hauen wir noch in unser haus rein da haben wir da wenigstens schon mal angefangen genau das wird eine richtig lauschige bude was mir aufgefallen ist jetzt während zwischendurch dass wir hier sehr schlecht reinkommen aber dann brauchen wir ein bissel brauchen wir AAAAAAAH vor uns ging es doch übelst geil hab ich das übelst geil gemanagt also was seitlich irgendwie keine ahnung vielleicht müssen wir da noch irgendwas davor bauen damit es bisschen höher ist so hab ich hier was dabei oh nein eben toll hier drüben ist alles fertig fehlt nur noch keine ahnung zwei drei vier so ne stickies hier haben wir noch zwei welche super so haben wir noch irgendwo so ein sticky baum busch ich würde gerne mal einen richtigen sticky baum platzen damit wir mal richtig viele haben ein sticky holder müssen wir alles noch bauen damit wir ein bisschen was auf vorrat haben und auch mal was was bauen können halt mal so mal so eine folge machen wo wir alles bisschen auf vorrat machen machen wir heute nicht so was haben wir denn alles im inventar eine taschenlampe ist uns oft gefallen haben wir nicht haben an beine ein paar körper ein paar körper da können wir uns eigentlich noch ein bisschen was ausleuchten das würde ich gerne noch machen bevor mir was ich alles noch machen würde das geht gar nicht okay moment ach scheiße komm das bauen wir später ich halte mich viel zu sehr am bauen auf so was wollte ich ein stickmarker nähe was wollte ich denn machen überhaupt ach hier genau das kommen wir hier ins her so wenn uns schon wieder die gießt das gibt sonne ist das denn war was ja jede menge für stöcker brauche dann kloppt ihr nicht so sehen dann lass ich doch gleich mal lang hier haben wir noch ohne zack so das muss aber jetzt reichen für 23 sinne teile zack haben wir das hier fertig so dann würde ich gerne hier irgendwie ins her bauen damit hier einfach alles ein bisschen hallo jetzt zack und hier drüben würde ich gerne ohne ins hin machen einfach aus dem grund damit alles hier ein bisschen ausgeleuchtet ist also jetzt zack cool so aber lief sammeln noch hau man nämlich so hier haben wir noch ein paar bären die müssen wir noch einsammeln so haben wir hier noch mehr bärensträucher irgendwo waren hier doch noch mehr oder genau hier so super nein das wollte ich gar nicht ich wollte ein inventar so die axt ich wollte die axt haben nein krass schon wieder einer voll da ist doch drüben zugemacht jetzt kommt man von der seite reingelatscht wo ist denn da jetzt ach komm drauf geschissen wenn wir weggehen ist auch irgendwann weg so und zwar gehen wir mal rüber zu den haus ich glaube das war dort unser baum zu unserem baumhaus gehen wir mal dort ist nämlich auch ein höhleneingang und da würde ich gerne rein wir haben die flair gern wir haben schon genug flares dabei ich weiß es gar nicht mal das ganze zeug einsammeln dann machen wir erstmal stopp an unserem baumhaus und stickies mal da mitnehmen alles mal unterwegs ein bisschen sammeln damit wir notfalls auch pfeile bauen können ich hatte ja ach da sind wir schon krass ja irgendwo ist jedenfalls ein höhleneingang ich schluck da hinten ich bin mir gar nicht mehr sicher krass das hat mir angefangen mit bauen hier das ist ja riesig und der baum ist wieder da und schon kommt es eingelatscht das gibt es doch nicht krass kannibalen na zum glück keine feuer kannibalen so krass scheiße ok wir haben erstmal ein bild crafting hier zack zack was haben wir hier das ist medizin genau kann ich nur mehr was machen nee scheiße moment das erstmal weg dann das dann das man muss ja echt viel zu viel klicken das gibt mir schon ein bild auf den zünder sonst haben wir fünf was davon das und das nee das war's nee das und das nee das war's ohne das und das nee das war's ohne hä medizin nee ich bin eigentlich keine medizin ich wollte einen energy mix machen dann brauchen wir das und das hatte ich das nicht gemacht mega nein so so da haben wir genug medizin erstmal dabei wir haben auch jede menge medizin flares haben wir genau haben wir noch zehn oder 110 oder sind das nur zehn ich weiß es gar nicht ich kann das nicht gestalten was da steht egal so lurchhaut haben wir auch was ist das was brauchen wir da noch alles dazu close close kommen kann man irgendwas kraften was sind da nur und das ist nur ein rabbit flog näher was kann man damit machen einfach mal so anziehen so ein bisschen geschützt federn haben wir nur zwei können wir keine pfeile bauen wo steht so dynamit haben wir auch wieder am start am stesse nice so nehmen wir die achse und immer gleich flair ich will an sich nur die hölle reingehen da schlägt das ist scheiße ich gehe mal wieder hoch man geht doch mal weg scheiße enke moni speichern speichern muss ich mal gut dass wir hier sind so gut haben wir erstmal gesaved jetzt klappt dieses gegenseitig das ist unsere chancen wir haben durch unsere ganze rüstung wieder fast verloren schnauze volle schnauze volle ihr wollt mich da alle verarschen hey mann wir waren gerade so gut ausgerüstet und dann passiert wieder mal so eine scheiße kotzt mich gerade ein bisserl an ok höhereingang wenn wir in die höhle reingehen sind wir erstmal ein lursch das kommt uns doch ganz gelegen hier sind auf jeden fall lursche irgendwie sind jetzt die rennen wir nicht mehr nachher zu früh gefreut irgendwo ist doch schon wieder einer komm weg hier einfach weg hier boah was ist das das ist ein u einwohner 100 pro boah krass das klingt doch gefährlich mann ey das ist die also echt manchmal manchmal kommen die so ungelegen ich will doch nur einen höhleneingang suchen finden was haben wir nach vorne haben irgendwas angefangen mit bauen was nur kommt da gehen wir einfach mal gucken ich habe keine ahnung ich habe erst keine ahnung ich dachte er ist hier irgendwo bei dem ist schon hey wo ist es hin da mann kacke na ok laufen wir erst mal so rum vielleicht finden wir noch ein paar loge was haben wir dann nur angefangen mit bauen das ist hier unten irgendwo krass wie kommen wir da hin das heißt hier muss auch ein höhleneingang sein wo wir auf jeden fall schon mal drin waren kann mich schon nicht mehr daran erinnern vielleicht hinten noch irgendwo siehne die sind immer so derbe versteckt man findet die kaum ok hier haben wir so felsen auf jeden fall überall in der sticky ist alle mitnehmen alle mitnehmen alle mitnehmen alles alles so da gucken wir uns mal hier bissel genauer um woa schwurm sticky aah scheiße oh oh weia oh weia oh weia puh jetzt haben wir Glück gehabt hier krass wir sind erstmal kurz bissel safe dann machen wir erstmal den hier dann machen wir den hier so dann sind wir wieder heiligst vernünftig unterwegs was trinken müsste ich noch komm ich hier hoch ja vollo so so höhleneingang ein höhleneingang wir brauchen einen höhleneingang das machen wir mal kaputt kriegt man vielleicht noch ein köpfchen jawoll hm na mal gucken ob wir ihn finden ich bin so schlecht ausgerüstet sind wir ja gar nicht das ist ja das coole wir müssten halt nur mal einen finden ich hätte den da mal sollen markieren ich habe es einfach nicht gemacht weil ich dachte ach ja den finden wir sowieso schnell wieder das kann ich mir merken nee kann ich nie man böse vergangenheits ich wo kann man hier was essen? nö schade kein hase noch einer krass aber ich brauche Lorge Lorge krass jetzt sind wir hier am flugzeug nice können wir oben mal gucken wollen wir lange nicht? oh hier sind überall Koffer geil alle wieder zu so gefällt mir das doch halt halt mach's auf ach das war so ein Reh ich dachte was ist das Pitschen hier so na schon wieder süß so so haben wir das Ding haben wir voll ok hier haben wir noch Kofferschen alles mitnehmen brauchen wir alles komm nimm 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 jawoll oh Medizin wir haben wir voll scheiße wir sind einfach zu voll und das liegt nicht am Alkohol und das liegt nicht am Alkohol da hinten ist dieser Baum da hat man ja auch ein Haus angefangen zu bauen hier müssen auch irgendwo eingänge sein irgendwo bin ich mir ziemlich sicher gewinnen uuuuuff schnell weg lauf boa das sind viele verdammne Axt was wollen denn die alle von mir ich hab denn gar nichts getan weg sind sie auch übel viele krass müssen wir ein bisschen aufpassen haben wir die jetzt gegessen oder weggepackt da hat die nie gegessen hä wo hatten die die naja ok muss man manchmal nicht verstehen haben wir noch pilze die sehen gesund aus haben wir schon mal wieder keinen hunger das ist schon mal viel wert ich habe überhaupt nicht gerne hunger das ist so ein zustand der fetzt mir persönlich überhaupt nicht so dann gehen wir mal hier runter zum strand hier haben wir noch oder ist das was ist denn das für koffer krass nice toll ich hab da welche verschossen wie könnten die schon wieder voll sein die flares vielleicht verbrauchen wir da gar keine ich wechsle mal auf die flare gun so hä was scheiße nein 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 ich geh ins Wasser ich hoffe mal sind jeder haa schildkröten ich dachte das ist ein haie gibt es überhaupt was interessantes unter Wasser ja ist mir interessant zu wissen außer haie ich hab noch keiner gesehen aber sie gibt es habe ich mal gehört wo kann man hier hoch scheiße so ich verstehe jetzt hier was ist das komm ich probier das mal aus was ist das ok leuchtet nur toll brauchen wir ok nehmen wir die axt wieder und schwimmen mal zum boot fische gibt es auf jeden fall hier ich versuchte früher crazy so jetzt haben wir irgendein heft ne man kann jetzt auch hier reingehen seit wann denn das was ist das doch wort man haben wir schon druckle flaschen snacks auch geil hä wieso kümmer haben wir scheinbar schon eine bibel liegt hier krass hier kann man geil hier kann man schlafen nice von hier noch alles ein kopf alkohol ein foto von muschi klaus klaus und boah alter ist das abartig das ist ja übel abartig aus der typ so voll verhungert und boah wie das hier stinkt muss und da will da drinnen schlafen ey das würde ich nicht aushalten so gucken wir mal hier vorne ob es hier vorne noch was gibt hier haben wir ein seil seile haben wir genug eigentlich kommen wir hier rein zum glück nicht sonst komme ich bestimmt wieder raus hä was ist denn das sieht aus wie ein wasser aber wenn drin ist ist da kein wasser ich will den snack haben wie viel haben wir davon jede menge jetzt haben wir drei druckflugflaschen aber wir haben nichts zum anziehen kacke hm es wird langsam nacht ich würde sagen wir gehen in den endscreen und bis zur nächsten folge machts gut und bis zum nächsten